Christoph Meria, die Kantonalbankenstiftung, unterstützt tatkräftig Projekte in der Region. Es ist ein grosses Glück, dass sich die BKB, BLKB und auch die Christoph Meria Stiftung zusammengefunden haben. In den letzten 15 Jahren durften wir über 40 Projekte unterstützen mit einer Gesamtsumme von etwa 1,5 Millionen Franken. Ich freue mich, dass es die Christoph Meria und Kantonalbankenstiftung seit 15 Jahren gibt. Wir haben in diesen Jahren vieles erreicht und zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern viele Projekte und Institutionen in den Bereichen Soziales, Kultur und Natur unterstützt und fördert. Das möchten wir auch in Zukunft machen, das Gemeinwohl in der gesamten Region Basel stärken und gut zu tun. Seit Jahren setzen wir gemeinsam mit der Stiftung Impulse im Bereich Soziales, Kultur und Nachhaltigkeit in unserer Region. Der Beitrag von der Basler Kantonalbank zur CMS-KB Stiftung ist eine Aufgabe, die uns sehr stolz macht. Dank Kieren können wir unser gemeinsames Ziel einer prosperierenden Gesellschaft erreichen. Die geführten Projekte sind ein klares Zeugnis unseres Engagement. Als PLKB tragen wir die Werte und die Ziele der CMS-Kantonalbankstiftung voll und ganz. In den letzten 15 Jahren haben wir zusammen bereits beidrugende Projekte im Bereich von kulturelles, soziales und Umwelt realisieren können. Diese Partnerschaft zeigt auf eine tolle Art und Weise auf, wie man über die Grenzen von Institutionen und Banken hinweg grossartig für die Region arbeiten kann. Aus diesem Grund tun wir auch gerne unseren Kundinnen und Kunden in unseren Gesprächen mit ihnen Möglichkeiten, die diese Stiftung bietet, auf. Ich finde es toll, dass die Christoph-Meeren-Stiftung zusammen mit der BKB und der BLKB eine so eine wegweisende Partnerschaft pflegen kann. Das kommt unserer Region und unser Gesellschaftsgut dank der Unterstützung von ganz vielen sozialen, kulturellen und ökologischen Projekten. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Stiftung sehr erfolgreich ist und dass wir eine wertvolle Zusammenarbeit haben. Und wir freuen uns sehr auf die nächsten 15 Wochen. Bis zum nächsten Mal.